Ein steueroptimiertes Vorsorgekonzept, womit du richtig Geld sparst. Ich erkläre dir mal, wie die Rürup funktioniert. Dazu nehmen wir mal an, dass ein Selbstständiger 1000 Euro im Monat einspart. Das sind 12.000 Euro, die im Jahr in den Vertrag einfließen. Nach 30 Jahren sind es somit 360.000 Euro, die als Kapital gebildet wurden. Bei einem Steuersatz von 42% wird es Jahr für Jahr weniger Steuerlast geben beim Selbstständigen. In diesem Fall sind es von den 12.000 Euro im Jahr Jahr für Jahr 6.960 Euro, die weniger gezahlt werden müssen. Das sind nach 30 Jahren 208.800 Euro. Von den 360.000 Euro sind somit nur 151.200 Euro investiert worden. Stell dir mal vor, was du mit diesen 151.200 Euro machen könntest, wenn es in eine clevere Anlagestrategie investiert wird. Willst du mehr dazu wissen? Dann nimm gleich Kontakt mit uns auf und geh über den Link in der Video.